So Genjin, gibt dir ein bisschen was, was wir machen können heute. Tatsächlich? Ich steh direkt von der Daily. Ja dann machen wir doch direkt die Daily, oder? Ehhhhh Hmm Do, 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 do Okay, 600 Mora. Na, den da. Den ganz rechts. Rot-Weiß ein Tuch. Rot-Weiß ein Tuch. Rot-Weiß ein Tuch. Dann nehme ich den auf den gelben. Ne, wir nehmen den auf den blauen Tuch. Dem auf den blauen Tuch. Nicht viel Jahre, ja. Aber der andere war der Größte und der hatte das meiste. Okay, ich lasse es lieber. Ist die Daily fertig? Ja. Okay. 1200 Mora Belohnung. Okay. Okay. Kurze Frage, wir brauchen keine Feuerflümpchen mehr oder sonst irgendwas, gell? So, äh, warte mal. Ich muss mal kurz auf Bennet gucken. Ich werde gerade zugespannt. Was ist los? Ich bin dann kurz vor sechs bei dir. Achso, ja. Morgen bin ich übrigens unterwegs. Äh, da bin ich dann definitiv auch nicht da oder erreichbar oder sonst irgendwas anscheinend. Also, erreichbar schon, aber, ähm, ich könnte betrunken sein. Ich könnte, es ist nicht, dass ich's bin. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gegeben. Weil, äh, es ist betriebsfest. Es ist betriebsfest. Ich könnte etwas angesüßelt sein. Etwas. Nicht viel, aber... Weil ich betrink mich jetzt nicht so extrem, aber, ähm... Ein, zwei Bierchen werden es schon werden. Schau, ich hab keinen Bogenschützen dabei. Okay. Hab keinen Bogenschützen. Ja, da brauch ich auch nicht draufschießen mehr. Halt die Lange! Nice and spicy! There is no escape! Shut up! Touché! Au. Dafür hab ich Quali her. Ich mach mal schnell noch mit einem Tick heilen. So, ich hab, ich hab einfach keinen Bogenschützen dabei. Ohne Bogenschützen ist echt ein bisschen doof, aber naja. Was will man machen? Bege für die Lange! Wenn man halt keinen dabei hat, hat man halt keinen dabei. Nur der Ballon soll's auch so schaffen, so viel Schaden machen die ja nicht an dem Ballon. Zu Glück. Kuba! Pass auf, wir schmeißen Kuba hier hin. Und ich lauf weg. Bam. Schau, schau! Ha! Schau! Warum ist das hier auf einmal... Ach so, weil die... Ah ja, weil die Feuer als mein Schaden zählte, haben die auf einmal alle so ein Elektro-Damage gekriegt. So, pass auf. Da müssen wir hin. Ich klau mir die Peperonis. Braucht eigentlich sonst noch jemand Peperonis? Zum Hochleveln. Ich glaub nur Xiongling. So. Äh, dann gehen wir da hin. Machen direkt die nächste Daily. Direkt die nächste. So, äh, warte mal kurz. Welches Spiel hab ich eigentlich eingestellt? Ups. Sorry. Henshin Impact muss ich hier einstellen. Das ist nur die Henshin. Wir hätten ja so, äh, ne wunderschöne Mission. Ein Einladungsfestival. Oder ein Einladungsereignis. Hab ich auch richtig Bock zu. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde sie gern ziehen. Ich würde sie sehr gerne ziehen. Das Böse breitet sich ja aus. Das Böse. Das Böse. Hi, Jo. Ähm. Gut, dass ich ein bisschen Feuer dabei hab. So. Nice and spicy. Oh. Chip, 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 chip. Chip, chip. So. Äh. Wir haben noch ne Daily. Wo ist denn die andere? Ach, hier. Och, die sind immer so weit weg. Ich bin doch immer lauffaul. Ich bin doch immer so lauffaul. Ach, Mann. So, sie in sieben, fast sieben Kilometern ist da unten die nächste Daily. So. Äh, nicht die nächste Daily, die, äh, Ding. Ja, wenn wir schon da sind, dann nehmen wir doch alles mit. Aber was? Ach, guck mal hier. Vernichte. Vernichten kann ich. Hi, Jo. So. 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 Ach so. Ich wurde hier. Jein Zuckerblümchen. Wir gehen hierher, nehmen das mit, weil hier sind Artefakte. Gleich mit. Und warum nicht? Wenn wir, wenn wir gerade auch hier durchlaufen, nehmen wir doch alles mit. Hi. Überall brennt's. Feuer. Auf die Feuerwehr. So. Dann laufen wir mal schnell hier runter. Da gibt es nicht sehr viele Artefakte. Hier unten drin. In diesem alten Lager. Aber ich würde mir trotzdem sowas wie ein bisschen die lebendige Welt wünschen. Wie in Genshin. Äh, wie, wie in, in, äh. In. Guild Wars. So ein bisschen lebendige Welt würde ich mir wünschen. Also gut, das mit der Jade, mit der, mit dem Jade gemacht war ja schon ein bisschen lebendige Welt, aber auch nicht so viel halt. Sondern so wirklich, wo mal ein Gebiet vielleicht komplett umkämpft ist für so eine Event-Serie. Also wirklich, wo es so richtig umkämpft ist. Ähm, der bremst gerade nur. Der hat einen Handstand geübt. Ja. Typ. Da haben wir die auch. Das war die letzte Daily für heute. Typ. Also ich, mach halt. Also ich, aktuell gehe ich in Genshin rein und tue eine, äh, Haar zum Wandeln. Da nehme ich mich nicht durch. Habe ich gestern? Ich glaube, gestern habe ich auch keine Dailys gemacht. Also ich mache wirklich aktuell nichts. Okay, nichts stimmt nicht. Ich wandle aktuell zumindest um. Ich habe noch weniger gemacht, eine Zeit lang. Die Frage ist, was brauchen wir eigentlich ein bisschen. Ich würde gerne, äh, tatsächlich wirklich noch gerne die Serien machen. Ähm, wenn wir die haben, würde ich gerne, ähm... Sie soll noch ein bisschen da, äh, arbeiten. Später werde ich sie dann da her schicken. Dann haben wir das Abo noch. Und dann mal gucken, wo sie ein bisschen, äh, ihr, ihren Bonus mit, äh, zu tragen bringen lässt. So, haben wir nicht direkt drei, äh, äh, Daily-Dinger fertig. Unser Harz müssen wir mal gucken. Danach kriegen wir das hier. Gut, ich würde mal gerne ganz schnell einen Abstecher in die, äh, Kanne machen. Kanne der Vergänglichkeit. Ähm, während meine Mietz hier von links nach rechts schleicht. Hallo Mietze Katje. Wobei, ich, gleich mal ganz kurz, ein kurzer Päuschen, äh, auf der Lette nämlich. Äh, äh, fängt auch gut an, ha? So gut bin ich vorbereitet. Was ist denn hier eigentlich? Ach so, stimmt. Hier gibt's ne neue, äh, 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 Dings, gell? Und hier gibt's auch Zorn und Strafe. Ich hoffe jetzt einfach mal, tägliche Angelegenheiten. Ach so, hier. Bizarre Geschichte des Schlamms. So, was ist hier? Ach so, weil ich noch nicht alle Aufträge hab. Okay, ähm, oh oh. Ähm. Ich bin gleich wieder da.